Darf ich auf deinem Laptop spielen? Nein, ich hab gleich Unterricht mit Herrn Huren. Oh bitte, verzieh dich. Oh, ich muss aufs Klo. Wer ist das denn? Ich glaub, sein kleiner Bruder. Oh oh, guten Morgen Kinder. Peter spuckt Patrick viermal an. Dabei spuckt Patrick Peter fünfmal an. Welche Spucke spuckt Peter Patrick Spucke zu? Du Huren.